Wo bist du denn, Junge? Ich kann es... Auf Wiedersehen! Weil du gegeiert hast! Ja! So, Revi, du musst dich jetzt an mich ranklammern. Moment mal, Max! Nee, ich hatte wegen dir 12 HP. Machen wir meinen Plan. Wenn ich sterbe und du mich hochholst, dann machen wir deinen Plan. Es war doch nicht verkehrt, was ich gemacht hab. Es war doch gut, ich hab doch 10 Kills geholt. Wärst du da gewesen, hättest auf den Nutrock geschissen. Ich dachte wirklich, du wirst jederzeit gefinished und den hier sind 2 Gegner und ich komm da nicht. Aber so war es überhaupt nicht. Ich hab geschrien, Max, ich lieg hier, ich lieg hier. Ja, ich lieg hier, ich lieg hier. Das sagst du auch, wenn der Gegner in dir drinsteht fairerweise. Und du sagst du das? Ich muss sagen, ich lieg hier, ich bin hier safe. Ich lieg hier, ich wurde auf 7500 Metern gesniped. Das ist ein sicherer Revive. Okay, gut. Machen wir, machen wir, machen wir. Leute, das sind geile Games heute. Max, ich hab Spaß. Ja noch, bei 60 Punkten. Bei 60. Ja, die 100 sind ja heute drin. 150 vielleicht auch? Fatale Felder, bumm. 3, 2, 1, raus. Golde Minigun und Slurp, ist in Ordnung. Schöööön. Pass auf, ne? 4 Kills, auf geht's. Ich hab auch 3. Nur das ist unsere Gottverdammte Hood hier, Alter. Einer am Reboot, Ben? Komm ich, glaub ich, nicht so schnell hin. Wobei... Leute! Ich bin im Haus hier noch, Max. Hier ist noch einer. Ich hau unbedingt ne Shotgun. Hello there. Jetzt direkt neben dir, was hast du? Auf geht's. Ich hab ne brutale Waffe für dich. Juck mal, deshalb hab ich hier gedroppt für dich. Den hasse ich, wa? Ja nee, komm. Machen wir's lieber so, weil ich hab keine Pistolenmunition. Okay, dann komm her. Was denn? Schau mal hier. Der Ehrenmann, der Ehrenmax. Da fliegen zwei hoch. Auf die Insel siehst du das? Ich komm, ich komm halt durch. Pass auf, wir gehen hinterher, wir gehen hinterher. Wir gucken, was die machen. Die haben irgendwas garstiges vor, die zwei. Hinterher sag ich, sorry. Wir müssen, wir müssen Kills, Kills, Kills. Hier drinnen, Max. Hier in dem Haus. Ich bin down. Der Typ wird mich finishen. Ich hab euch aber komplett vereint. Bin ich selber schuld? Bin ich selber schuld? Oh nein. Mach ich jetzt. Meine Karte picken. Finishen. Sehr schön. Jetzt hinter dir, da. Da ist sie. Geh in die Zone, geh in die Zone, komm. Und bau, bau, bau. Schön. Ich muss ihn töten, sonst sterbe ich. Wenn ich ihn nicht töte, bin ich tot. Wo ist er, wo ist er? Geh in die Zone, geh in die Zone noch, geh in die Zone. Nein, er töte mich. Das war's. Nein, nein, du schaffst das. Flieg mal Luke Lake und dann kannst du mich da reviven. Keine Gegner einen Countdown. Du gehst auf sauviel Action. Lieber Dusty. Lieber Dusty. Das ist noch Lebensjahr und Weltwunder, oder? Ich hab zweimal Gegner gecount. Verstehst du? Ja, war gut. Randa, randa. Der andere ist low, der andere ist low. Der andere hat nichts. Der andere hat nichts. Der hat noch Schutz. Kannste nicht bauen, denk dran. Hast du. Sehr schön. Da kommt noch was. Oh mein Gott. Legenden, Max. Aufladung nicht möglich. Wo soll ich dich jetzt mit beiden? Geh Luke Lake oder flieg nach Pleasant. Flieg nach Pleasant mit dem Ding. Mir ist egal, ob wir die Runde gewinnen oder verlieren. Ich will dich einfach einmal wiederholen. Danke dir. Das ist die größte Resultation meines Lebens dann. Ich hab da noch nie jemanden so sehr gerettet. Ich kämpf um mein Leben, um diese Neustartkarte. Das macht der stark, der Junge hier. Der ist gut. Jetzt macht er wieder Bing, Bing und dann wird er grad wieder in der River. Und er hat's. Er hat's tatsächlich. Wie sieht's bei mir im März-mäßig aus? Ich spiele da oben am Baum. Chill, 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 chill. Nicht fighten. Wir werden angeschossen. Ey, lass die Seilwahn hier nehmen. Ist die noch in der Zone? Ne. Ich hab nen übertriebenen Snipe kassiert. Das gibt's doch jetzt. Jetzt bin ich soweit gekommen und krieg einfach nen Snipe. Wir müssen auch richtig weit los wieder. Wir müssen zurück nach Loot Lake. Ich hab 43 HP Revi. Ich hab nen Jumppad. Lass dich auf'n Berg. Hast du einen Kick? Ich hab mir doch gerade einen geholt. Ich weiß nicht warum. Der saß da. Der junge Mann hatte keinen Bock. Und das ist ok. Ich hab noch nen Jumppad. Lass dich auf'n Berg hoch Revi. Komm, komm, komm. Dann gibt's Jumppad. Was? Place his Jumppad. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Über uns, über uns, über uns. Ich baue vor uns down. Er ist low, hast du und dann Jumphead und dann ab dafür. Schaffen wir das? Zone macht richtig damage? Ja, ja, schaffen wir. Oder? Baus Jumphead, direkt am Boden setzen. Hier, eine Schräge hoch, eine Schräge hoch. Hier, hier, hier. Heilige Sch***, wie weit müssen wir denn? Oh, da ist gerade jemand direkt vor mir gestorben. Aber die steigen noch auf uns, pass auf, wir sind hier so auf dem Präsentierteller, das ist gar nicht mehr witzig. Die blicken uns nicht, die raffen uns nicht. Echt? Ich hab nichts gesagt. What? Triple Headshot. Tschüss. Viel Spaß, Revi. Lass es knacken. Das sind die kompletten Smurfer. Digga, ich hatte auch null Heal halt, ne? Egal, war ein starkes Game. War ein gutes Game. Ich hätte viel, ist klar. The main building sind auf jeden Fall welche. Sollen wir da rein? Da kommen noch zwei, pass auf, pass auf. Draußen, draußen, Richtung Osten. Zwei Stück. Stück. Ja, so rede ich. 75er Hit. Noch drei Shots im Digga, fuck. Wo ist der Mate, wo ist der Mate? Ist low, ist low, ist low. Hast du, hast du, hast du. Kein Schuss mehr. Letzter Schuss. Boom. Boom. Fünf Eliminierungen, sehr gut. Digga, ich hab nichts gehabt. Nur einen Diegelschuss. Damit hab ich ihn getötet. Der gesessen. Der gesessen, Digga. Chest ist hier nicht. Naja, okay. Ab jetzt hier rein, oder? Oh, du hast aber lange dahinten gebraucht. Was ist da los? Ich hab mich immer hier angeschaut. Ja, alright. Alright, jetzt sind wir split. Oh, hier wurde ja auch gelootet schon, okay. Wir gehen salty. Ich bin über dir. Wollen gehen wir salty? Alter, Headshot. Das war ein Hit, Alter. Das war ein Headshot, Digga. Also das ist jetzt... Ich hab mir das halt angemacht. Ich hab gesehen, wieso. Wir meinten, wir wollen die 300 Punkte machen. Mit oder ohne. Hat keiner gesagt. Ja, stimmt. Wir haben nicht einmal im Intro gesagt, dass wir die Hacks auslassen. Finde ich auch okay, weil Leute haben auch bei der WM gehackt. Da muss man einfach mal sagen, dann steht das uns ja wohl auch zu. Wenn die bei der WM hacken, wo es um so viel Preisgeld geht, dann können wir ja wohl auch mal ein bisschen normal public hacken. Ja, eben. Richtig, genau. Also ich mach's nicht, aber Trimax hat's halt. Wir wechseln uns halt ab, ne? Ist ja auch dumm. Wenn wir beide haben, wird man gewandt. Headshot! Auf dem Soldier Bear? Ja. Jumphead pläsen, Jumphead pläsen. Max, Jumphead! Pläst aufs Jumphead doch, Max! Ich hätte ihn schon getötet. Das kommt doch gar nicht da hoch, das Jumphead. Was kommt das nicht? Guck uns an. Da hätte echt nicht mit dem Jumphead gerechnet, dass das so auf den Berg hochkommt. Muss man wissen. Ich find's gut, wie es immer die ganze Zeit ganz ruhig ist. Dann passiert das. Wir schreien beide komplett panisch rum, als wären wir noch nie in der Situation gewesen. Sind völlig aufgeschmissen. Dann machen wir was Gutes und alles ist wieder normal. Das ist einfach... Das ist einfach der Lifestyle hier, also? Ja, das ist der Lifestyle. Ich hab jetzt so voll Paranoia. Ich beobachte jetzt immer die Busse ganz genau, weil ich denke, da wird jemand gerevived. Solange nicht jemand ervived wird, ist das alles super. Ja, aber ich schieß schon ein bisschen auf die. Hunderter Headshot! Angriff, Angriff! Go, 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 go! Angriff, hunderter Headshot! Alarm! Wieso stirbt der nicht? Hast du ihn? Nee, ich weiß, wie du ist. Hast du den Borderrad mitbekommen unter uns? Ja, ne? Ja! Hat nen Hit von mir? 50er! Ich krieg nen Gage, der ist auf dir! Schaffst du den? Schaffst du den? Hit! Der hat immer noch fehlt! Hit! Hit! Was ist denn das mit dieser Waffe, Alter? Der, 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 der macht noch Sachen. Oh, der ist so free! 50er! Mann! Was ist denn das? Ich hätt den Ketten jetzt schon so viel Schaden gegeben! Der hat immer noch... Ah, Mann ey! Wir müssen rüber, komm! Du gehst viel zu deep, Digga! Max, ich bin down! Zwei Spieler vor mir! Das gibt's nicht, Rebi! Das gibt's nicht! Die Runde war es bei mir gar nicht, Alter. Die Runde war richtig schlecht von mir. Tut mir leid. Klaus da! Rebi! Da! Unter dir! Sehr schön, Max! Guck mal, der hat einer! Siehst du den anderen an der Zone? Guck mal, da hab ich jetzt den Max! Du könntest den anderen nehmen sollen. Der andere war nämlich der bessere. Ich muss riften! 30 HP! Der ist es! War ne gute Runde! Oh, der hatte eine Bullet! Jetzt haben wir 100 Punkte! Jetzt wird's schwerer! Hast du den? Nice! Willst du kämpfen? Digga, jetzt kam bei 100 Punkten... 111 Punkte! Da können auch schon mal ein paar Leute dabei sein, die uns so richtig in die Schranken weiten! Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich hab Angst, dass die uns die... Oh, hier sind zwei! Ich greif den anderen an! Hab einen down! 75er! Down! Headshot! Das ist er! Da kam die Schranke! Ja, zack! Bumm! Halt's Maul! Du hast es geschafft! 7, 6, 5, 4, 3... Alter Junge, es ist so unglaublich gemütlich in deinem Rucksack! Hab ich dir das schon mal gesagt? Max, es war so knapp, Alter! Ich weiß, ich hab dein Leben gesehen! Ich hab dein Leben gesehen! Nicht nur, dass es knapp war... Es war arschknapp, ja? Das sag ich dir! 150er! Russian! Sehr lecker! Sehr lecker! Oh, Granaten! Hoch, 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 hoch! Hab ihn! Das war der losteste des Tages! Digga, der war aber... Der war woanders, oder? Der war schwillig! Der hat... Der hat was anderes gespielt! Ja, glaub ich auch! Also, der war komplett... Oh, hier ist noch ein Slurp! Ich hab eigentlich mal zwei Hits gegeben! Ich auch! Aber lass in die Zone rein, komm! Echt? Ich will den irgendwie super gerne fighten! Ich weiß, Max, aber... Ganz ehrlich, guck mal! Wir strugglen gleich wieder mit dem Zone! Kann ich mir noch den Slurp nehmen? Ich pushe jemanden! Ich pushe jemanden! Ich pushe jemanden! Oh mein Gott! Max, Max! Wo bist du? Ich bin am Laufen! Du bist im Wittkanal! Die greifen dich übel an! Was?! Oh mein Gott! Beide, beide low! Beide low! Einer hat 20 AP! Ich dachte, warum geht der nicht down? Einer hat ein 70er bekommen! Max, geh runter! Geh runter! Schaffst du! Bevor sie sich healen! Bevor sie sich healen! Er ist schon gehealt! Er ist schon gehealt! Ist zu spät! Du hast das Momentum vergessen! Digga, es gibt keinen Momentum! Ich kann das Spiel doch gar nicht! Wo ist der denn? Meine Karte? Wo ist die? Wo ist die? Liegt hier oben irgendwo! Über dir! Nimm die Heavy-Snapper mit vor dir! Nimm die Heavy-Snapper mit vor dir! Jetzt lauf! Ich mag's bei mir! Nicht gelaufen, Digga! Ich fasse es nicht! Hat Hits! Hier sind ganz viele! Das sind zwei Teams! Einfach so! Guck! Ja, jetzt hast du's langsam! Jetzt empfängst du langsam die Vibes, die wir brauchen! Ich wurde One-Shotted! Gesniped! Headshot! 111! Das war's! Bau dich so fett zu, wie du es noch nie gemacht hast! Wie random ist das? Hier! Danke, Mann! Beide low! Beide low! Max! Ich bin oben! Hab sie! Letzte Beide sind unten! Es ist nur noch einer! Headshot! Digga! Jung! Was ist da los? Auf geht's, Digga! Geil! Auf geht's, Alter! 137, Mats! Digga, das machen wir so durch! Bis zum nächsten Mal! 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 Bes 1964 Taherein! Resource! Na schön Justine Semin... Der intelligenteiyetige mafia ist deriaчеWatch Refvereinnie! Got Raisine! Bis zum nächsten Mal.